Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Dauntless. Ja, dieser Trick, den ich euch heute zeige, vereint eigentlich viele Lösungen, sage ich mal, oder viele Sachen, die mir die Spieler geschrieben haben. Ich habe zu wenig Rams, mir fehlen Kampfmarken, mir fehlen Erkundungsverdienste, mir fehlen Kopfgeldmarken und so weiter und so fort. Ja, es kommt darauf an, wo ihr im Spiel seid. Je nachdem, bringt euch der Tipp was, etwas mehr oder etwas weniger, das werdet ihr gleich sehen, warum. Ja, es geht hier um die Daily Logins. Ihr geht hier normalerweise 19 Uhr hierhin oder ab 19 Uhr und könnt euch hier Daily loggen. Und dann bekommt ihr hier vier Kopfgeldmarken und eure Daily Login-Kerne. Ja, wenn ihr natürlich von vorne, also vorm Spielen, also wenn ihr vorher mal gespielt habt und habt noch irgendwie Daily Login-Kerne offen, ist das eigentlich gar nicht so schlecht. Warum? Und zwar, ja, könnt ihr dann hier auf die täglichen Login-Kerne wechseln und die Dinge halt eben öffnen. Soweit, so gut, soweit macht das jeder Spieler. So, gucken wir mal kurz rein. Wir kriegen Patrouillenschlüssel, wir kriegen ein bisschen Kampfverdienste. Der Äther-Funken wird ja auch oft bemängelt. Aber wenn ich jetzt mal so hier drauf gucke, okay, was ist wirklich jetzt wertig, sage ich mal. Äther-Funken so ein bisschen, Rams fast gar nicht. Kampfverdienste auch nur ein bisschen. Aber diese Patrouillenschlüssel, diese blöden Patrouillenschlüssel. Ja, und wenn sich das so ein bisschen aufstaut oder gerade bei Endgame-Spielern, die jetzt ins Spiel kommen, oh, Kampfverdienste 15 bekommen, also es ist schon nicht schlecht, was man hier rausbekommt. Aber ihr seht, die Patrouillenschlüssel, das staut sich so richtig auf. Und dann stellt sich natürlich die Frage, oh nein, also die, jetzt habe ich 23 Patrouillenschlüssel und wenn ich da vielleicht mal nur eine halbe Stunde am Tag zocken kann und laufe auf irgendwelchen Endgame-Inseln rum und kenne die Spawn-Punkte nicht und so weiter, kann das natürlich sich mega nervig auswirken. Und wir wollen natürlich relativ schnell folgende Situationen haben. Wir wollen relativ schnell halt eben unsere Waffe hier unten maxen oder generell unsere Sachen halt maxen. Das ist ganz klar. Wir wollen also hier unsere Kampfverdienste und so weiter steigern. Und wir wollen natürlich hier die Ausdauerregulation, der ganze Quatsch steigern und natürlich hauptsächlich die Tränke. Ich habe es ja tausendmal gesagt, die Tränke und die Mäste wollen wir steigern. Und dafür brauchen wir natürlich immens viel Kram. Noch dazu haben wir das Problem und das war tatsächlich jetzt so bei mir, dass man, jetzt gehe ich mal gerade hier drauf, dass ich kaum Kopfgeldmarken hatte. Und durch diese Aktion jetzt hier habe ich Kopfgeldmarken bekommen ohne Ende. Also ihr habt es vielleicht gesehen, ich habe jetzt 17 Kopfgeldmarken. Ja und der Trick ist so einfach, ja es ist eigentlich krass, wie einfach er ja letzten Endes ist. Und zwar wie kann ich relativ schnell meine Patrouillentruhen öffnen? Also wo finde ich die und wo sind die Spawnpunkte nah beieinander? Wo kriege ich im Durchschnitt pro Runde, pro eine Minute drei Schatztruhen? Ja und das zeige ich euch jetzt. Es ist so einfach, es ist der alte Emberman Trick letzten Endes. Also ihr könnt auf die ersten Insel reisen. Ich würde euch empfehlen, zum Beispiel jetzt gerade irgendeine 1er 2er Waffe zu holen, gerade noch ein, zwei Embermans halt noch mitzulegen in der Runde. Und dann könnt ihr die Waffe ein bisschen leveln, habt also da einen Vorteil. Keine Kopfgeldmarken, oder die Kopfgeldmarken könnt ihr rein theoretisch halt auch schon einsetzen, ist klar. Ja vielleicht noch nicht auswählen, die könnt ihr ja dann eurer Mainwaffe zukommen lassen. Oder halt auch der Waffe ist ja letzten Endes egal. Ja und so könnt ihr relativ schnell, das werdet ihr jetzt sehen, die Kopfgeldmarken oder diese Patrouillentruhen öffnen. Die Route ist folgendermaßen, ich habe jetzt die mal so festgelegt. Ich finde das ist die beste. Also wenn ihr hier rechts lauft, hier den Berg hoch und dann seht ihr hier schon die erste Truhe. Die steht wirklich in 80% der Fälle steht die hier. Das heißt ihr habt innerhalb von Sekunden und das seht ihr, ich habe 278 Patrouillentruhen. Wenn ich jetzt Endgame-Gebiete laufe, 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 habe keine Kopfgeldmarken mehr und finde alle zwei Sekunden mal so eine blöde Truhe, äh alle zwei Sekunden, alle halbe Stunde mal so eine blöde Truhe oder jede Viertelstunde, das ist einfach von der Rotation her zu schwach. Letzten Endes sitze ich hier auf den Patrouillenschlüsseln und habe eigentlich die Gegenwährung nicht, die ich dafür haben möchte. Also für mich macht es durchaus Sinn jetzt. Das ist jetzt zwar super blöd und langweilig, aber die 200 Patrouillentruhen hier, ähm, oder Patrouillenschlüssel hier einzusetzen. Das macht durchaus Sinn. Ihr seht es nämlich hier an, ähm, ja, ich bekomme hier meine Etherfunken, Erkundungsverdienste, Rams und Zellenkerne. Ähm, soweit ich jetzt weiß, kann man sogar aus den Zellenkernen auch noch was rausholen. Ähm, das ist aber auch noch nicht 100% bestätigt, beziehungsweise super selten. Der zweite, äh, die zweite Truhe, also ihr wechselt hier praktisch auf die linke Seite der Insel, hier bevor ihr hier hochläuft und dann kriegt ihr schon die zweite Truhe. Also haben wir schon zwei Truhen. Stellt euch vor, ich bin jetzt durchgelaufen. Wieder zehn Erkundungsmarken und auch die Kopfgeldmarke. Wieder eine Zelle, äh, also Erkundungsverdienste und eine Kopfgeldmarke. Dann lauft ihr hier hoch. Wenn ihr Glück habt, steht hier oben an der Spitze dann wieder eine Truhe. Ich glaube, diesmal haben wir Pesch. Ja, und wenn ich diesen Run hier mache, jetzt gibt es noch zwei Spawnpunkte, die ich immer ablaufe. Vielleicht gibt es noch einen fünften oder sechsten. Das weiß ich nicht, aber ich laufe immer diese Runde. Und wie ich schon gesagt habe, schwache Waffe auswählen, vielleicht den Emberman hier mitlegen. Könnt ihr machen, müsst ihr nicht. Ihr könnt auch einfach rund laufen, dann stört er auch keinen. und macht irgendwas von der Skalierung her kaputt oder sowas. Vielleicht für Anfänger oder sowas. Ja, dann könnt ihr noch hier hinauf und laufe ich immer so hin. Da ist aber meistens nie was. Ja, die dritte Truhe ist dann hier an dieser Position. Da ist jetzt leider nichts. Ja, und dann laufe ich noch hier den Berg hoch. Und jetzt kann es sein, dass wir hier gerade einen super schwachen Run erwischt haben. Ist natürlich wieder der super geile Vorführeffekt. Dafür liebe ich das. Nein, haben wir nicht. Wir haben einen durchschnittlichen erwischt. Also drei Truhen gefunden innerhalb von, keine Ahnung, eine Minute, zwei. Hier, zwei Kopfgeldmarken abgestaubt. Also für alle Endgame-Spieler ein super nicer Tipp, weil ich viele kenne, die sagen, ich habe noch super viele Schlüssel, aber ich habe keine Kopfgeldmarken. Und so verlieren wir natürlich Progress ohne Ende. Weil jetzt kann man natürlich die Kopfgeldmarken hier, die ich normalerweise gar nicht hätte oder viel später erst finden würde und so, die kann ich natürlich jetzt viel, viel besser und schneller einsetzen. Wie gesagt, jetzt seht ihr, dass ich habe 19 und kann mir hier meine Sachen dann halt eben wählen. und kann meine Waffen viel, viel schneller aufwerten. So, machen wir das hier. Ich wähle immer gerade vier Stück aus. Ist ja völlig egal jetzt. Ja, machen wir das. So, und was haben wir noch hier Schönes? Klar, Stürmer und Kettenklingen. Machen wir das. Alles klar. So, und jetzt geht ihr einfach von hier hin, einfach auf die Jagdgründe und wieder. Ich laufe jetzt eigentlich mit einer Endgame-Waffe Level 17 herum, aber ist ja völlig egal. Geht wieder auf diese Ember-Bucht, wartet ein paar Sekunden, geht aus dem Kampfgebiet hier raus, bevor ihr da irgendwie gestört werdet. Und dann könnt ihr starten. So einfach ist das. Jetzt können wir mal eine ganz normale Runde machen oder vielleicht zwei, drei noch und dann seht ihr das. Das ist relativ heftig. Jetzt wäre der Gegengedanke hier, ja, was ist mit den Endgame-Maps? Da ist bestimmt der Loot besser. Ich habe es jetzt wohlgemerkt nur zweimal gegengetestet. Da war es nicht so. Da war es genauso oder sogar schwächer. Vielleicht ist es mal so, aber dafür muss man dann dort die Spawnpunkte kennen, auf viel, viel größeren Inseln rumrennen. Ja, und macht eventuell sogar anderen Leuten noch den Run kaputt, weil man irgendwie in die Kampfgebiete noch reinrennt, denen es Monster schwerer macht. Hier beim Startgebiet mache ich ja nichts falsch, sage ich mal, wenn ich da so kurz durchrenne. Da störe ich keinen. Und hier sind die 80-prozentigen Drohnen. Und ich sage es ja, die ist normalerweise immer da. Hier öffnen. Vielleicht haben wir wieder eine Kopfgeldmarke oder was drin. Aber hier Ätherfunken, Verdienste, goldene Zellenkerne, bla. Jetzt muss ich hier einmal kurz durchs Kampfgebiet durchrennen, auf die linke Seite wechseln. Ich finde den Trick mega. Ich werde ihn mal eine halbe Stunde, Stunde, immer mal so zwischendurch einstreuen, um halt meine Patrouillentruhen hier einfach zu reduzieren. Und da können wir eigentlich ganz, ganz schnell, was die Tränke angeht, was die Skillung angeht vom Pfad des Slayers, können wir eigentlich relativ schnell jetzt ins Endgame springen. Und Leute, die das ganz neu machen und einfach auf ihren Patrouillentruhen auch sitzen, die auch mal 5 oder 10, 20 über haben und nichts finden und so, können auch so in 10 Minuten ganz schnell das abgrasen. Hier Kopfgeldmarke. Und das meine ich halt jetzt. Diese Kopfgeldmarke hätte ich ja jetzt normalerweise nicht gehabt oder wäre schon auf 0 gelaufen. Und die hilft natürlich mega nice weiter. Jetzt kann ich schon wesentlich mehr Quests machen und so weiter und so fort. Natürlich das jetzt nicht ausreizen bis aufs Messer. Ihr müsst natürlich es schon so ausreizen, dass ihr am Ende der Season nicht noch, was weiß ich, wie viele Kopfgeldmarken überhaupt habt. Das sollte man vielleicht noch erwähnen. Also jetzt nicht einfach wirklich alles runterballern hier und nicht drunter spielen. Also die Kopfgeldmarken nicht verspielen, weil dann sind sie am Ende der Season, werden die ja resetet. Dann würde ich euch schon raten, eher die Patrouillentruhen natürlich zusammen. Jetzt habt ihr es auch gesehen. Wir haben wieder, ja was, drei oder vier haben wir jetzt gefunden. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Hab nicht mitgezählt. Aber es ist mir völlig egal. Da glaube ich nicht, dass es eine großartig bessere Route gibt. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil wir gefühlt alle 20 Meter irgendwas finden. Also es ist einfach mega. Ich finde es mega. Ihr habt es ja gesehen jetzt, wie viele Drohnen habe ich jetzt hier in den 10 Minuten, wo ich noch viel labere, stehen bleibe und irgendwelche Sachen da erkläre. Ja und auch auswähle und so ein Quatsch. Wie viel habe ich da jetzt gesammelt? Also etliches. Auf irgendwelchen anderen Maps brauche ich da wesentlich länger. Und wie gesagt, es ist noch sehr schön verknüpfbar. Holt euch einfach eine Level 1er, Zweierwaffe mit. Haut gerade noch so die Behemoths weg. Also könnt ihr auch schön damit verbinden, um halt die ersten Level eurer Waffen halt einfach gerade hochzuballern. Kann man so machen. Ich wollte es jetzt einfach aus Zeitgründen nicht machen und dann noch so einen blöden Emberman da besiegen. Ja, es war mir einfach zu doof jetzt. Wie gesagt, hier die 80%ige Truhe. Da ist sie wieder. Die andere Truhe hier vorne links ist auch eigentlich ein 80%. Die ist so gut wie immer da. Das ist immer schon mega enttäuschend, wenn sie nicht da ist. Da hinten steht sie. Ja. Und wie ich schon sagte, vielleicht gibt es noch einen anderen Punkt, den ich übersehen habe. Aber ich bin so ein bisschen auf der Map rumgerannt dann immer noch und habe keine anderen gefunden. Vielleicht hier vorne rechts oder sowas. Keine Ahnung. Letzten Endes aber egal. Es wäre auch immer irgendwie ein Umweg und immer noch mal vorbeigucken und so. Und so lauft er einfach diesen Kreis ab. Und das war es letzten Endes. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir vielleicht noch den anderen Spawnpunkt auch mal sehen. Unten bei den Pflanzen. Der ist aber nicht so oft. Der hier ist noch relativ häufig. Der ist aber jetzt auch nicht da. Es schwankt wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich auch ein bisschen subjektive Wahrnehmung. Kann sein, dass das einfach nur Glück immer war. Oder Pech oder wie auch immer. Vielleicht steht hier außen noch was oder so. Keine Ahnung. Ich lasse es jetzt mal so. Ich will euch nicht verwirren und euch eine andere Route hier reinballern. Wie gesagt, dann bin ich immer hier runtergelaufen. Ich glaube, hier oben war nie was, wenn ich es richtig im Kopf habe. Nicht, dass ich die jetzt vergessen habe. Also guckt euch immer noch um. Ihr könnt die Route ja eventuell leicht verfeinern. Dagegen spricht ja nichts. Hier ist dann manchmal noch eine Kiste gewesen. Die haben wir jetzt gar nicht gesehen. Das ärgert mich ein bisschen. Irgendwo hier war die. Aber leider war sie jetzt nie da. Jetzt ist sie wahrscheinlich wieder da oben. Oder wir haben einen ganz schwachen Durchgang erwischt. Und hatten nur zwei. Oder? Na ne, da ist wieder eine drei. Machen wir vielleicht noch einen Durchgang. Vielleicht sehen wir ja noch. Aber ihr seht jetzt, immer zwei, drei, vier sind immer am Start. Hier Erkundungsverdienste, goldene Rams, Blas. Es ist einfach mega. Ich finde es mega. Ich habe es so gemacht und bin mega begeistert. Gold, also Rams, hier die Kopfgeldmarken. Alles kommt zusammen. Erkundungsverdienste und so weiter. Kampfverdienste. Geiler geht es nicht aus meiner Sicht. Schneller geht es nicht. Geiler geht es nicht. Die Route ist super. Man kann auch ein paar Dränke mitholen. Und wie gesagt, Standardwaffen leveln oder einfach mal irgendwelchen Newbies helfen. Da seht ihr schon die Kiste oben. Rechts, da ist sie. Also die dritte, die dritte Kiste hinten am Wasserfall. Die werden wir auf jeden Fall haben. Gucken wir mal noch, ob die ersten beiden da sind. Vielleicht haben wir dann Glück und haben mal eine optimale Route. Bis jetzt war, glaube ich, mein Maximum, dass ich vier bekommen habe. Ich habe auch das Gefühl, dass immer drei bis vier, manchmal zwei nur spawnen. Aber wie gesagt, wenn nur zwei spawnen, könnte es sein, dass ich einen Spawnpunkt jetzt nicht kenne. Ja, vielleicht spawnen auch immer vier und ich rede hier den größten Blödsinn. Letzten Endes ist es egal. Irgendwann werden wir, ja, hier war jetzt leider nichts, irgendwann werden wir halt alle Spawnpunkte kennen auf allen Inseln und dann ist der Tipp hier hinfällig. Oh, 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 jetzt haben wir aber da einen schwachen Mann. Also hier, Startgebiet super schwach. Dafür am dritten Punkt ist dann die Kiste. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht zufällig gerade noch einen anderen Spawnpunkt sehen. Ne, gut, alles klar. Ich habe ja gesagt, ich will euch nicht verwirren. Also laufen wir hoch zum Wasserfall, holen dort unsere erste Kiste. Jetzt natürlich die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass unten noch Kisten stehen und dass wir die anderen Spawnpunkte auch noch sehen, warum ich immer diese Runde da laufe. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Wenn nicht, glaubt es mal einfach, lauft die Runde genauso, wie ich sie hier gelaufen bin und da werdet ihr sehr, sehr viel Erfolg haben. Ihr könnt euch ja zwei, drei, vier Mal die Mühe machen, euch ein bisschen umzusehen, um noch einen anderen Spawnpunkt vielleicht dazu zu holen in eure Route. Könnt ihr machen, müsst ihr nicht. Und ja, da seht ihr das. Da ist jetzt die andere Kiste, die ich gemeint habe. Sehr schön, dass sie jetzt da war. Also hier ist sie. Ich wusste eben nicht mehr ganz genau, wo sie war, ob sie jetzt hier oder auf der anderen Seite des Flusses war, aber an der Stelle. Gut. Und dann jetzt noch den Berg hoch und mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit steht dort noch was. Ansonsten haben wir halt einen schwachen Run gehabt. Äh, ne, ein normaler Run war auch wieder drei Mal. Drei Kisten innerhalb von einer Minute oder so. Also einfach mega. Ich finde den Tipp super nice. Ihr habt es gesehen, wie schnell ich meine Patrouillentruhen hier runtergeballert habe. Habe etliche Kampfverdienste etc. bekommen. Gucken wir noch ganz kurz auf die Kopfgeldmarken. Ich habe eben 17 gehabt, habe vier ausgegeben. Äh, wären wir bei 13. Also haben wir in der kurzen Zeit nochmal drei, ähm, hier Kopfgeldmarken dazu bekommen. Das ist gar nicht mal so ein krasser Wert. Da haben wir sogar ein bisschen Pech gehabt. Ja, ist wie immer Vorführeffekt. Aber ich denke, so habe ich euch bestimmt nichts Schlechtes gezeigt. Nutzt das. So könnt ihr mega schnell skillen, mega schnell euren, äh, äh, das Layer-Skillen, mega schnell euren Charakter hochleveln, weil ihr halt immer genügend Jagdpäs, ähm, hier Kopfgeldmarken am Start habt. Sofern ihr halt, äh, diese Umrechnungen, hier diese Patrouillentruhen-Dinger, da habt ihr Schlüssel. Ja, und ich denke, da wird jeder noch ein bisschen was haben. Ich kenne fast alle, die haben 100, 200, 20, 40, keine Ahnung, und so könnt ihr die halt relativ schnell abstauben. Ja, viel Erfolg damit und ich wünsche euch was beim Aufsteigen in neue Sphären. Bis dann, haut rein, ciao.